Das folgende kurze Video ist kein medizinischer Ratgeber und es zeigt lediglich meinen eigenen Werdegang und Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe und die ich hier weitergeben möchte. Es geht um Bewusstwerdung und es geht um die Multikausalität der Welt, dass die Welt in einer Polarität steckt und eine simple Lösung nicht unbedingt zum gewünschten Ziel führt. Ein einzelner Virus macht uns nicht krank. Aus meiner Erfahrung kann ich eine Krankheit auch abweisen. Wenn ich die ersten Symptome entwickle und merke, ich werde krank, kann ich mich dagegen entscheiden. Ich kann eine Kraft in mir aufbringen, eine Entscheidung, einen Willen freisetzen, der sich dagegen setzt, der sich dagegen stellt und die Krankheit wegschickt. Natürlich bedarf es dann auch, dass ich mich natürlich schonen, schone und vielleicht ins Bett lege oder viel trinke, gewisse Maßnahmen einleite. Aber die willentliche Entscheidung ist vorausgehend. Die ist der erste Schritt, die Krankheit nicht zuzulassen. Und so sind viele Gründe gegeben, warum man krank wird. Ist der Körper gesund? Ist der Körper geschwächt? Wie tritt die Schwächung ein? Habe ich mich schlecht ernährt? Oder ist es einfach zu wenig Bewegung oder schlechte Luft? Umweltverschmutzung um mich drumherum oder elektromagnetische Belastung, die durch jede Menge WLANs in meiner Umgebung entstehen? Was für andere Belastungen habe ich und wie gesund habe ich mich ernährt und ist meine Lebensweise auch glücklich und bin ich überhaupt zufrieden? So trägt alles um mich herum und in mir zu einem Gesamtgefüge zusammen. Und so entscheidet sich dann, ob ich dem Bakterium oder Virus Platz mache, ob ich es erlaube. Ich kenne einige, die so hart arbeiten, so unter Stress stehen, dass sie die Krankheiten gar nicht zulassen. Die Krankheiten kommen bei ihnen nicht an. Erst wenn sie sich in Urlaub begeben, wenn sie frei nehmen, dann machen sie sich frei und lassen los. Dann lassen sie los und erlauben auch einem Virus zum Beispiel Platz zu nehmen in ihrem Körper. Vorher wurden sie nie krank und erst im Urlaub, die ersten Tage, dann müssen sie erstmal durch diese Erkältung durch und nach der ersten Woche, dann können sie den Urlaub genießen. Das ist ein verrücktes Phänomen, aber es ist nicht verwunderlich, wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel Placebo oder Non-Cebo uns beeinflussen. Es ist anerkannt in der Wissenschaft, dass die Erwartung von einer Heilung schon ein Signal ist für den Körper, die Heilung einzuleiten. Ich nehme das Placebo ein und es ist eigentlich nur eine Tablette aus Zucker, aber meine Erwartung ist, jetzt startet die Heilung. Denn ich habe ein Medikament bekommen, ein Medikament von einem Arzt verschrieben. Das heißt, hier kommt die Heilung. Ich mache mich also bereit für die Heilung und empfange diese. Und genauso ist es beim Non-Cebo. Ich kann mich auch krank denken, krank fühlen, also durch dieses Placebo, was negativ rumwirkt, das Non-Cebo. Also ich erhalte eine Tablette, wo ich nur denke, es sei giftig und plötzlich fühle ich mich schlecht. Und mein Körper zieht nach. Mein Körper erlaubt, diesem schlechten Gefühl Platz zu nehmen und sich auszubreiten. Und so frage ich mich, was haben diese ganzen riesigen Krönungsvorbereitungen dieses momentanen Zeitgeschehens, die Krönung des momentanen, was passiert, was haben diese für Auswirkungen auf unsere Psychen? Was geht in uns vor durch Maskenschutz, durch Social Distancing? Was passiert in uns, in unserer Erwartung, in unseren Ängsten? Was passiert mit den Alten in den Altenheimen, die nicht mehr besucht werden dürfen? Die vielleicht gar keinen Lebenssinn mehr sehen, weil sie gar nicht verstehen, was da abgeht, wieso die, wieso ihr Partner nicht mehr da ist? Manche denken, sie seien vom Partner verlassen. Dabei ist es einfach nur diese Distanz, die wir zwangsverordnet bekommen. Das scheint jetzt sehr einseitig zu sein, was ich sage. Es geht mir darum, dass wir in Eigenverantwortung immer entscheiden müssen. Wir können unsere Verantwortung für Gesundheit nicht abgeben. Das Leben ist lebensgefährlich und am Ende kostet es das Leben. Aber wir müssen in eigener Verantwortung entscheiden, was ist das Beste für uns und unsere Nachbarn und unsere Mitmenschen. Das Leben ist multikausal und nicht simpel. Wenn es so einfach wäre, dass man mit einem einfachen Schutz über den Mund das Ganze aufhält, dann wäre das schön. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Jetzt muss ich glatt selber husten. Gerade noch so unterdrückt. Okay. Unser Wohlbefinden und unsere Gefühle haben einen großen Einfluss auf das Immunsystem. So kann zum Beispiel der Herpes-Virus, der meist noch in den Menschen schläft und schlummert und nicht aktiv ist, sofort ausbrechen innerhalb kürzester Zeit, wenn man sich sehr stark ekelt. Das kennen die Leute, die Herpes haben sicherlich. Und ich erinnere mich an gestern, wo ich im Supermarkt einkaufen war und hatte dort die Maske aufziehen müssen. Und allein das Aufziehen der Maske hat irgendwie eine Beklemmung in mir ausgelöst, ein Maulkorb und der brachte mich zum Husten. Ich hatte gar nichts. Ich bin völlig gesund und trotzdem musste ich einfach husten. Ich habe es mir so wie eben auch stark unterdrückt, aber habe es mir stark verkniffen. Aber es ist gar nicht so einfach. Und was also ein Huster in heutiger Zeit mit den anderen Menschen macht, kann man sich auch denken. Man weiß ja nicht, oh, das ist so ein Generalverdacht. Ist der jetzt erkrankt? Ist der jetzt gefährlich? Und die Kinder, ich stelle mir vor, was die Kinder denken. Eine ganze Generation, die so groß geworden ist, distanziert von der Oma, nur noch durch die Scheibe. Ich kenne Fälle, wo nur noch durch die Scheibe das Kind die Oma anfassen durfte, also anfassen in Anführungszeichen durch die Scheibe, Glas dazwischen. Dem Kind wird natürlich erklärt, was das mit dieser Krankheit auf sich hat und dass das für die Oma gefährlich ist. Aber dieses Kind kriegt doch eine Gefühlsstimmung vermittelt, dass es gefährlich ist, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist oder dass immer eine Gefahr da ist. Es ist eine Art Trauma für mich. Für mich, wenn ich mir das vorstelle, starten ganz, ganz viele Kinder heutzutage mit einer Art Trauma, diesem Krönungstrauma. Und was daraus wird, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Vielleicht entwickeln diese Kinder ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Mitmenschen im späteren Alter. Aber genauso gut kann es auch negative Folgen haben. Es ist auf jeden Fall eine Polarität und in dieser Polarität muss man halt erstmal klarkommen und diese Polarität in Liebe und in der richtigen Richtung nutzen. Und dann müssen wir halt aufpassen, dass wir durch unsere Angst nicht das erzeugen, was wir eigentlich vermeiden wollen. Die Angst kann man sich anschauen und gucken, was man dagegen tun kann. Und wenn man alles getan hat, sollte man die Angst auch loslassen. In Angst zu leben, schwächt das Immunsystem. Nun wird man sagen, okay, ich habe vielleicht keine Angst. Ich bin ja nur vorsichtig. Da muss man wirklich gut in sich hineinfühlen, ob man quasi bereit ist. Ich habe mal ein Sprichwort selber mir erfunden. Erst wenn ich bereit bin zu sterben, kann ich leben. Es klingt vielleicht sehr drastisch. Aber wenn ich bereit bin, loszulassen und das Schlimmste in Kauf zu nehmen, dann kann ich frei sein und frei leben. Wenn wir einen einfachen Test machen und unseren Körper beobachten, wenn wir uns negative Dinge vorstellen, dann spüren, dann fühlen wir doch diese Schwächung. Krankheit, Hass, Zerstörung, Krieg oder Vergewaltigung von Mensch und Tier. Das bringt Leid und bringt eine Schwächung und somit auch langfristig Krankheit. Und somit ist es nur fair und gerecht und schön, wenn wir uns ausrichten an den guten, schönen Begriffen. Wenn wir unser Handeln darauf abstimmen, auf Gerechtigkeit, Miteinander, Liebe, Füreinander eingestehen und ein soziales Leben in Harmonie und Freude. Dass die Freude aus unseren Poren tropft und andere Menschen ansteckt. Wenn wir uns an diesen positiven Dingen ausrichten, ist es wesentlich gesünder und bereichernd für die Welt, dass man zu sich selber findet, in Wahrheit sich selber lebt und die Träume verwirklicht, die in einem schlummern, die man vielleicht nicht wagt auszusprechen. Dass man das auch teilt und füreinander da ist. Dass man anderen Menschen auch in ihre Kraft hilft. Die eigene Rolle erfüllen und dann anderen Menschen in die Kraft zu helfen. Das ist doch ein viel wahreres, viel wahreres Ziel und schöneres Ziel. Und dazu gehört es natürlich auch, dass wir aufpassen auf Natur und Tier und Pilz und Bakterien oder Viren. Die gesamte Schöpfung in all den Facetten, dass wir sie in Harmonie bewahren und nicht ausnutzen oder zerstören. Wir haben uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und wir leben in einer Erdölabhängigkeit. Wir leben in einer Energieabhängigkeit. Wir leben auf Kosten von anderen Ländern, den sogenannten Dritte-Welt-Ländern und haben uns halt getrennt. Getrennt von diesen anderen Menschen, die wir ausnutzen und getrennt von der Natur, die wir ausbeuten. Die Zukunftskosten waren uns relativ egal in der Vergangenheit. Und erst jetzt haben wir die Chance, uns an den wahren, schönen Begriffen auszurichten und ein neues Leben zu erschaffen. Und diese Ruhepause, diese Nachdenkpause, dieser Krönung, dient vielleicht auch, das zu erkennen, wo wir wirklich hinwollen. Wo wir hinwollen. Wir selbst. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.